Das Buch, das ist es. Lest es und prägt euch seinen Inhalt genau ein. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Untertitelung des ZDF, 2020 So also ist Maxos vorgegangen. Ein echter Drache hat ihm offenbart, wo er die Halle der Seelen finden kann und ihm ein Siegel gegeben, um sich Zutritt zu verschaffen. In aller Rot liegt ein Schutzamulett verborgen und im Drachenturm ein Zauber. Und beides werden wir brauchen. Unsere weitere Vorgehensweise lautet also wie folgt. Wir müssen zum Drachenturm gelangen, wo auch der Drachenstein zu finden ist, mit dem ihr euch in einen Drachen verwandeln könnt.